In der Seychasseh als Mokalamiya Almanist Hören Sie diesen Gespräch. Herr Jameson, Ihr Deutsch ist sehr gut. Nein, leider nicht, aber vielen Dank. Kommen Sie oft nach Deutschland? Nicht sehr oft, aber meine Tochter ist mit einem Deutschen verheiratet. Ah ja? Wo wohnen denn Ihre Tochter und Ihr Mann? In München. Nicht schlecht. Gefällt es ihr in Deutschland? Ich glaube schon. Sie spricht jetzt schon viel besser Deutsch als ich. Darin gufte Gou-Senedit, die an Hanum guft. Ah ja. Ke Baragye e Brasee tajubast, bemanye keintur. Hören Sie diesem Gespräch noch einmal zu. Herr Jameson, Ihr Deutsch ist sehr gut. Nein, leider nicht, aber vielen Dank. Kommen Sie oft nach Deutschland? Nicht sehr oft, aber meine Tochter ist mit einem Deutschen verheiratet. Ah ja? Wo wohnen denn Ihre Tochter und Ihr Mann? In München. Nicht schlecht. Gefällt es ihr in Deutschland? Ich glaube schon. Sie spricht jetzt schon viel besser Deutsch als ich. Erinnern Sie sich, wie man fragt? Was sind Sie von Beruf? Wie sagt eine Frau? Man geht mal dem Haastam. Ich bin Lehrerin. Wie sagt ein Mann? Man, Maallem hastam. Ich bin Lehrer. Und wie sagt ein Mann? Ich bin Lehrer bei einer Bank. Bei einer Bank. Bei einer amerikanischen Bank. Versuchen Sie zu fragen. Bei einer Bank. Bei einer Bank. Welcher? Bei einer Bank. Der Stittbank, der Frankfurt. Frankfurt. Bei der Citibank in Frankfurt. Bei der... Bei der Citibank. Wie fragt die Frau? An kogjast? Aus harf تعریf B. Be... ...istifatze kundig. Wo ist die? Der Chyoban Mainz. Mainzer Straße. In der Mainzer Straße. In der Mainzer Straße. Erinnern Sie sich, wie man fragt? Ahle kogjastik. Woher kommen Sie? Wie sagt die Frau, dass sie aus Köln kommt? Köln. Ich komme aus Köln. Aus Köln. Sind Sie in Köln aufgewachsen? Sind Sie in Köln aufgewachsen? Wie sagt man? Man bezog schudem. Ich bin aufgewachsen. Meine Schwester und ich. Wir sind in Köln. Wir sind in Köln. Wir sind in Köln. Wir beide sind in Köln aufgewachsen. Wir beide sind in Köln aufgewachsen. Aber jetzt wohne ich in Frankfurt. Und sie wohnt in der Schweiz. Und sie wohnt in der Schweiz. Und sie wohnt in der Schweiz. Fragen Sie. Ihre Schwester wohnt jetzt in der Schweiz? Ja, sie ist dort verheiratet. Fragen Sie, ob es ihr in der Schweiz gefällt? Gefällt es ihr in der Schweiz? Ihr? Gefällt es ihr? Gefällt es ihr in der Schweiz? Gefällt es ihr in der Schweiz? Wie sagt sie, dass es ihr sehr gefällt? Es gefällt ihr sehr. Es gefällt ihr sehr. Es gefällt es ihr in der Schweiz. Es gefällt es ihr in der Schweiz. Es gefällt es ihr in der Schweiz. Ich besuche sie morgen. Wie sagt man? Ferdinand. 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 Morgen früh. Morgen früh. Ich fahre morgen früh in die Schweiz. Ich fahre morgen früh in die Schweiz. Wie sagt sie, dass sie sehr früh fährt? Ich fahre sehr früh. Sehr früh. Sehr früh. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Wiederholen Sie. Er ist Ingenieur. 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 Er ist Ingenieur. Begit Mohandes Ingenieur Wiederholen Sie das Wort für Firma Erinnern Sie sich, wie man sagt Bei einer amerikanischen Bank Wie sagt man Firma Die Firma Und jetzt sagen Sie Bei einer amerikanischen Firma Er ist Ingenieur Seine Firma ist in Stuttgart Wann ist er nach Deutschland gekommen? Gekommen Gekommen Kommen Geh Gekommen Ist gekommen Wann ist er nach Deutschland gekommen? Wie sagt man auf Deutsch? Saal Jahr Das Jahr Saal Kose steht? Wiederholen Sie Letztes Jahr Letztes Jahr Wie sagen Sie? Saal Kose steht? Letztes Jahr Er ist Er ist letztes Jahr gekommen. Er ist letztes Jahr im Februar gekommen. Er ist letztes Jahr im Februar gekommen. Versuchen Sie zu sagen, Es gefällt ihm hier. Ihm. Ihm. Es gefällt ihm hier. Sagen Sie, dass es ihm sehr gefällt. Es gefällt ihm sehr. Sehr. Sagen Sie, dass sein Deutsch sehr gut ist. Sein Deutsch ist sehr gut. Wie sagt Ihre Bekannte? All man ja schon machen Sie gut. Ihr Deutsch ist sehr gut. Er will Sie sagen, wo Sie haben Sie gelernt? Wie sagt man? Sie haben gelernt. Sie sind gekommen. Sind. Sie sind. Sie sind. Haben Sie gelernt? Wie fragt Ihre Bekannte? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Ich habe in Amerika Deutsch gelernt. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Ich habe in Amerika Deutsch gelernt. Wie sagt sie? Sie sind. Oh, kein Tor. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Bad nicht. Wiederholen Sie. Bad nicht. Bad nicht. nicht schlecht. Aslan bleibt nicht. Gar nicht schlecht. Wie sagt sie, dass Ihr Deutsch gar nicht schlecht ist? Ihr Deutsch ist gar nicht schlecht. Sagen Sie. Ich habe in Amerika Deutsch gelernt. Und ich komme oft nach Deutschland. Und ich komme oft nach Deutschland. Sprechen Sie Englisch? Wie antwortet sie? Ja, ein bisschen. Englisch ist nicht einfach. 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 Nicht einfach. Wie sagt sie? Wann Englisch hier abgerufen haben? Ich habe Englisch gelernt. Ich habe Englisch gelernt. Englisch ist nicht einfach. Nicht einfacher als Deutsch. Nicht einfacher als Deutsch. Oh, Kindor. Ah, ja? Sagen Sie. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wiederholen Sie. Dass Englisch nicht einfach ist. Dass Englisch nicht einfach ist. Garnisch nicht einfach ist. Ich bin einfach nicht einfach. O denn Sie sind die genau Annaliefer träume. Oh, kein Tor. Ah, ja. Kein Englischi hat gerichtet? Wann haben Sie Englisch gelernt? Salae gabl. Letztes Jahr. Schoharam, ein Mühendis ist. Mein Mann ist Ingenieur. Wir waren in Amerika. Wir waren letztes Jahr in Amerika. Wir waren letztes Jahr in Amerika. Ich habe dort Englisch gelernt. Aber es war nicht einfach. Es war nicht einfach. Wie fragt Sie? Und Sie, wann haben Sie Deutsch gelernt? Und wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Wie sagt man? Der Esere Im Büro Wie fragt Ihre Bekannte? Der Esere Allmögen ist so weit wie kann ich? Deutsch Der Esere Allmögen ist so weit wie kann ich? Sprechen Sie im Büro Deutsch? Antworten Sie Nein, nicht sehr oft Wie sagt sie? Das ist Schade Das ist Schade Was haben Sie ihr Deutsch gelernt? Antworten Sie Ich habe in Amerika Deutsch gelernt Sie fragt Glauben Sie, dass Deutsch einfach ist? Einfacher als Englisch? Sagen Sie Ich weiß es nicht Ich weiß nicht, was einfacher ist Ich spreche seit 35 Jahren Englisch Und ich spreche seit 60 Tagen Deutsch Oh, kein Tor Ah ja? In modete sie hat ihn nicht Das ist nicht Das ist nicht sehr lange Das ist nicht sehr lange Wenn du Sie